ARD Text im Auftrag von Funk Fanart raten. So. Und jetzt ist es so. Ich klopf hier. Ich klopf hier hinten so gelangweilt an die Couch. Und Florian ist so total, was passiert hier? Es ist Halloween. So, ich zeig euch jetzt. Aber machen wir weiter. Ich bin jetzt hier der Moderator. Ihr seid die Mitspieler. Und das Ding heißt Fanart raten. Und jetzt zeig ich euch mal ein Bild von einem Fan, der einen Prominenten gemalt hat, den jeder kennt. Sieht ein bisschen anders aus. Wer könnte das hier sein? Barbara Streisand. Courtney Love. Barbara Streisand ist super. Jennifer Aniston. Huch, tschuldigung. Jennifer Aniston ist auch sehr gut. Jennifer Aniston kann es sein, oder? Warte mal, das Herz. Das Herz, das Herz. Warte mal. Ist es nicht Kate Winslet? Stimmt, sehr gut. Kate Winslet aus Titanic. Was hast du noch gesagt? Aber Moment, warum ist das Herz dann so gut gemalt und der Rest so scheiße? Jennifer Aniston, Madonna. Was, was, was? Jennifer Aniston. Das loggen wir mal ein. Ich frag mich mal, wie lange das ist. God damn right. Das ist Jennifer Aniston. Das ist Jennifer Aniston. Tatsächlich. Jennifer Aniston. An der Nase. An der Nase. Wir gucken uns mal Jennifer Aniston an, wie sie aussehen würde. Das ist das Bild und Jennifer Aniston. Wenn man sie so will. Okay. Wir machen jetzt mal eine ganz kurze Pause. Sind aber gleich wieder zurück. Hier bei Circus Halligalli mit Florian David Fitz, mit Paulina Roszynski. Und wir spielen weiter Fanart-Rat, meine Damen und Herren. So Leute, wir spielen jetzt weiter hier. Wer ist das? Wer ist das? Justin Bieber. Justin Bieber. Ist das Justin Bieber? Voll langweilig. Voll langweilig. Voll langweilig, ja. You got them right. You got them right. So wird er aussehen. Aber an sich. Und das ist das. Tatsächlich Bild sieht nicht groß anders aus. Justin Bieber ist einfach ein schöner Mann. Den erkennt man auch so. Aber an sich auch ein komisches Bild eigentlich. Wer ist denn das hier? Wer ist das hier? Kylie Jennerford. Nee, ist Paulina. Wir locken mal ein. Das ist Paulina. Nein. Gar nicht. Ja. Es ist Paulina, natürlich. Weißt du, was ich gerade erkannt habe? Eine Palmin. Und so sehen sie aus. Das ist Paulina. Ja. Meine Damen und Herren. Das war Fanart-Raten. Coming up. Das war ein cieles야. Und wir haben auch ein Kanal besucht. Door. Wenn ihr noch mehr Videos von Zirkus Halligalli sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Für mehr Videos klickt einfach hier oder hier. Oder hier. Oder hier. wir haben hier gerade was das internet hau mal ab bitte ganz ruhig stehen so wie dann fällt es nicht auf ganz ruhig so hin bewegte ich nicht einmal hast du an den ohren